so willkommen leitet einen neuen angezockt wir schauen mal neue spiel an raus aus land irgendwas hallo ich bin marie eine alte freundin deiner großeltern sie haben mich gebeten die bei der ersten schritten auf der fahrung zu helfen bitte tipp fortsetzen ja wohin okay restauriere das fernhaus fortsetzen sie den hammer auf die farm aus damit du dich hier niederlassen kannst gut diese alten scheune könnte auch etwas zur wendung vertragen sie den hammer auf die scheune um sie zu reparieren wenn so einfach gern gehen würde immer sind das hier vier vier ziegen hier du hast eine hilfskiste gefunden deine großeltern haben sie überall für dich hinterlassen tipp auf öffnet kisten öffnen ist immer gut weiß ich irgendwas da du dich jetzt eingerichtet hast können wir die mit der fahrarbeit beginnen als erstes ziehen wir deinen weizen tipp auf den brunnen um wasser zu holen ok tipp auf brunnen ist das wasser hin tier wasser auf dieses weizen feld um es zu gießen habe ich da schon weizen gesehen oder ist es schon drin drei weizen bereit in 22 sekunden mit schlüssel kann ich das schneller wollen warten wir die pflanzen schneller wachsen hier hast du zwei schlüssel benutze sie um den weizen wachsen zu lassen mache ich nicht ich warte tipp auf dieses weizen feld um deine weizen zu ernten meine weizen du hast jetzt weizen und kannst ihn an der farm bestellt dafür verkauft tippe um zu öffnen die müssen wir auch mal reparieren so weizen verkaufen zwei münzen kriegt man dafür sechs weizen für die bestellung für weizen aus und verdiene münzen verkaufen ja gut hier haben wir schon was zu sehen neue funktion freigeschalten das quest buch bietet die rat los geht es sieht so aus als hättest du eine neue quest wir sollten deine quest buch öffnen tipp auf ist öffnen ok ein offenes buch neue quest so einmal weizen zweimal äpfel ein offenes buch dein großeltern haben hier alles über die landwirtschaft beigebracht und jetzt will ich dieses wissen an dich weiter geben ok hier haben die das beigebracht ich erzähle dir alles was du wissen und wenn du mal nicht weiter weiß kannst du im quest buch nachschauen der kalender ist der farms bester freund ok ein offenes buch eins viele träumen von ihrer eigenen farb für dich ist dieser traum in erfüllung gegangen ernte dreimal weizen ernte zwei äpfel verkaufen äpfel ok schließen so dann muss man als erstes müssen wir noch mehr weizen ernte so fang schon mal an indem du dein weizenfeld gießt ok jetzt hast du lecker äpfel die du an der farmbestell bestelltafel verkaufen kannst die brauchen ok zwei äpfel verkaufen sehr gut oder stufenaufstieg windmühle oder machen wir was aus unserem pflanzen offenen dorfladen und bauen eine windmühle ok ok fortsetzen so windmühle da muss ich jetzt da kann ich nichts machen da quasi doch ganz gut rein ok wird gebaut schweine erledigt ziehe den weizen auf die windmühle um mehl herzustellen gut zack ok das dauert mehl bereitet 14 sekunden benutzen die farmschlüssel nein werde ich nicht benutzen das nicht gut so weizen abholen so großartig jetzt wollen wir das mehl an den der farm bestellt dafür für münzen verkaufen gut alles verkaufen gleich so münzen sind immer gut hurra stücke hier jetzt im dorfland erhältlich eine kuh einmal vogelscheuchenmann vogelscheuchenfrau so hurra öffnen wir den questbuch tippen auf die öffnen wir brauchen ok es braucht weizen update kürzlich haben wir einige kritische probleme behoben entschuldigung für die unternehmlichkeit hier ist eine kleine geschenk alles dankeschön für deine geduld und das ist doch super dankeschön 514 haben wir immer gebraucht so fällt haben wir öffnen das questbuch bla 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 fertig gut tippen um Belohnung abzurollen 1 xp das war die Belohnung zurück zu dem wurzel es ist immer wieder nett an einer ort zurückzukehren der mit schönen erinnerungen verknüpft ist diese farm ist ein ganz besonderer ort für viele hier auch für mich je tiefer du in der fruchtbaren erde gräbst desto mehr entdeckst du ok los geht's verkaufe mehl verkaufe jemand Weizen er hat jetzt einmal Mehl ok so Wasser jetzt erst einmal wo geht das Wasser hin da da oder muss ich das halten ach das kann ich verschieben weil das ist ich erstelle das mal da ach so wir brauchen nicht von da da verschieben das Teil wir schauen uns mal ein bisschen hier um hier haben wir hinten die dann haben wir hier irgendeine Wohnwagen dann haben wir hier irgendeine also drehen kann man in die Öffentliche in Questbuch die wir auch öffnen ok ok dann machen wir hier noch irgendwas dann machen wir hier noch was dann machen wir hier noch was dann können wir hier fischen wahrscheinlich das auf jeden Fall noch fitztur hier haben wir die Leuchtturm hier haben wir die Wassermühle ein kleines das sieht auf jeden Fall hübsch aus da haben wir sogar was zum drehen auf Stufen liegen Schweinchen das sieht nett aus was ist das hier triff ein Farbverband vorbei und komm mit Freunden schneller voran also äh Club ausprobieren schneller fertigen voll wie mehr ausprobieren ok was war das jetzt dann brauchst du mehr sofort Saat wenn du sofort Saat beim Pflanzen und Tieren für sofort wie Ertrag ok Freunde habe ich nicht so erstmal das verkaufen dann müssen wir hier los geht so zwei Weizen erst einmal aufbauen und dann Weizen nur einmal tippen so jetzt nochmal hier an geh hin verkaufen 10 Waren an der Farbe stehen zum abholen tippen ok wir haben alles gesperrt verdient freigeschaltet freuen warm profit 2 von 5 ok dann machen wir hier noch jede Menge Sachen jede Menge Leute und Tiere sind schon viele und so Felder müssen wir wieder machen so Weizen ist fertig vergleich wieder zwei Weizen da rein das ist unser Lager wir haben ein mehr drei Weizen gut gut so farm 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 arbeiten bekommen farm arbeiten bekommen handeln belohnen ok drei drei karoten melde dich an um mit freunden geschenke auszutauschen ok was haben wir hier noch und hier noch mal neu eine eine Kuh eine Kuh und soll die bloß hin wo ist die hin wo ist meine Kuh hin wo ist meine Kuh hin wo ist meine Kuh hin das da rein stellen bitte jetzt überall rumlaufen oder nur in diesen bereichen ok hübsch aus schade dass man hier nicht ran zoomen kann ganz schön schnell geht fertig so was haben wir hier verkaufen 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 stufenaufstieg fünf jetzt im dorfladen erhältlich ein konditor offen ok wir können was backen wir können zur hohleder wir können was backen wir können jetzt noch eine Kuh hinstellen 50 schlüssel hier können was hier ist der offen backoffen 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 wahrscheinlich dass man die sache nicht drehen kann dann stellen wir erstmal hier sonst können wir hier noch kaufen vorgescheuchen 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 wozu brauche ich die weiß ich nicht wozu ich die brauche wir haben einen brief jetzt spannendes neugierige blaue es gibt täglich etwas woran man sich auf der frau freuen kann zeig mal auf da kiste ruhe 1 auf alles die braucht den verloren um die 1 zu ab 4 xp also xp ist hier aber nicht unbedingt viel zu holen das macht die cool weizen was zu füllen was füllen noch weizen nachholen mal nachholen was rein was drauf nehmen machen dann ich noch etwas verbindung mit zu web version zur Facebook-Farm. Nein, danke. Kein Facebook-Account, deswegen auch keine Farbe. Das ist Zeitbederb zum Ende der Ticket-Inquest. 23 Stunden. Okay. Äpfel, Milch. Los geht's. Milch hat jetzt Milch gemacht. Hier noch Weizen. Weizen hier, Weizen hier. So, Äpfel. Dann können wir... Moment, da. Zwei Äpfel braucht man und eine Flasche Milch. Okay, wir müssen noch verkaufen. 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 So, das ist jetzt fertig. Was können wir hier machen? Einmal Mehl und einmal Distant. Okay, dann können wir sowas und sowas machen. So, wir können das hier so drehen und dann bestimmen. Was ist das? Landküchlein. Okay. Hier könnte man das auch noch was machen. So, das ist Zucker. Na gut, da brauchen wir was feinlich, was anderes. Ach, Mais brauchen wir und Zucker. Okay, gut. Kuh ist wieder glücklich. Kriegst du wieder ein bisschen was zu gießen. Hier gibt es wieder was zu gießen. Äpfel sind fertig. So, damit haben wir die Quest erledigt. So, dann schauen wir uns noch mal hier noch an. Belohnung und Gaffung. Gut. So, das war's denke ich für die erste Folge. Wir brauchen noch drei Punkte. Oder zwei Punkte bis zum nächsten Level. Ich bedanke mich fürs Zusehen und oder fürs Zuschauen oder so. Gieß mal hier noch alles noch einmal durch. Und wir sehen uns vielleicht bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.